Vollumfänglich. Also wenn mich da wirklich jemand fragt, warum seid ihr gerade betriebswirtschaftlich so erfolgreich, dann könnte ich jetzt in ganz, ganz viele einzelne kleine Themen einsteigen. Einzelne Projekte, Verhandlungserfolge, die Art und Weise, wie wir mit Kunden agieren. Aber alles greift darauf zurück, auf unsere Kultur. Wir haben einfach wahnsinnig tolle Menschen. Und wenn wir es schaffen, durch unsere Kultur in eine Umgebung zu geben, in der sie gerne arbeiten, in der sie sich entfalten können, in der das Miteinanderarbeiten Freude bereitet an der Stelle, wo wir dieses Funkeln in den Augen erzeugen können, dann spüren das unsere Dienstleister, unsere Lieferanten, unsere Partner, unsere Kunden. Das spüren wir jeden Tag. Arsch基rock Arschedefe Arschedefe Untertitelung des ZDF, 2020